Aua, 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 Aua. Herzlich willkommen zu Kicker Live. Hier ist der Prinz vom Kinderkanal. Ich werde ihn führen. Okay, das reicht jetzt. Herzlich willkommen hier mit wunderschönem Wetter vom Weißenstädter See in Bayern. Das hier hinter uns, das sind Surfskis. Damit machen wir heute eine richtig krasse Challenge, die ich mich übrigens auch stellen werde. Denn wir sind Backstage exklusiv für euch von der neuen Supershow. Sie heißt Kicker Live, die Sportmacher. Ich habe ein Team, mein Kollege Stefan hat ein Team und zusammen machen wir richtig harte Challenges. Und ich finde für euch natürlich raus, was passiert hier alles so. Und jetzt haben sie mich schon wieder stehen lassen. So ist das irgendwie immer. Bis gleich. Technik, 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 Technik. Tonequipment. Wir drehen ja auch mit Kameras, genauso wie wir Kicker Live eigentlich immer drehen. Und da ist er. Und da ist er. Mein Moderationskollege. Sportfreund, aber auch Angstgegner Stefan. Ich bin Stefan von den Sportmachern. Und wir machen einen Vierkampf Team Kicker Live gegen die Sportmacher. In den Disziplinen Klettern, Vierteln, Beachvolleyball und Rettensport. Alter. Wenn du hier aufgehst, komm alles. Da ist du nervös. Und für jede Sportart haben wir sozusagen einen Profisportler oder eine Profisportlerin am Start. Die haben wir uns so teammäßig ein bisschen aufgeteilt. Absolut. Hi. Ich bin Lina. Ich bin Rettungssportlerin aus Schwerte und bin im Kika... Nee. Ich bin Lina. Ich bin 16 Jahre alt und bin aktiv als Rettungssportlerin. Rettungssport ist die Rettung im und ums Wasser herum. Meine größten Erfolge waren drei Jahre in Folge den Landesmeistertitel im Freiwasser. Man kann sich auspowern. Gleichzeitig macht man aber auch was, um anderen zu helfen. Warte, warte. Okay. Ich bin Alena. Ich bin 17 Jahre alt und ich spiel liebend gern Beachvolleyball. Zum einen wurde ich letztes Jahr zweiter Platz am Bundespokal Beach. Und dieses Jahr wurde ich sogar in die deutsche Jugendnationalmannschaft nominiert. Hi, ich bin Otto. Ich... Jetzt war ich schon wieder, sag ich jetzt 16. Ich bin Otto, ich bin 16 und ich wurde letztes Jahr Baden-Württembergischer Jugendmeister im Klettern. Das Tolle am Klettern ist die Abwechslung, dieses Gefühl etwas zu schaffen, die Leute und das Freiheitsgefühl, wenn man irgendwo ganz oben hängt. Hauptsächlich kletter ich in Kletter- oder Bowlerhallen, aber ich kletter auch sehr gerne am Feld, draußen in der Natur. Hi, ich bin Felix und mach Biathlon und ich trete dem Teamkicker live an. Ah ne, nochmal. Hi, ich bin Felix, bin aus Forchheim, bin 16 Jahre alt und mein Sport ist Biathlon. Der Reiz am Biathlon ist für mich die Kombination aus dem Lauf und Schießen. Ich gehöre zu den Top 3 Bayern in meinem Jahrgang. Beim Biathlon kommt's erstens auf die Ausdauer an und zweitens auf die Zielgenauigkeit fürs Schießen. Wie glücklich bist du dann grad mit deinem Team? Wie zu viel seid ihr? Ja, wir sind wirklich ein super Team. Wir haben, glaube ich, unterschiedliche Charaktere. Das passt. Ich bin so ein bisschen vom Ehrgeiz besessen. Dann ist aber Alina so ein bisschen Ruhenpol. Otto ruht auch in sich und ich glaube, so zusammen sind wir echt ein hammer Team. Sehr gut. Und auf jeden Fall starke Konkurrenz. Alina, ja, die hat's drauf. Die will sich auch besser. Die ist super detailverlegt auch. Und der Felix, der ist schon, ich sag mal so, der stille Wasser ist ein Tief. Ich glaube, wenn's um Konditionen geht, wenn's sauber geht, wirklich Sachen extrem zu fixieren, da ist er die Waffe und dann machen wir euch platt. Ich glaube auch, dass der Felix uns noch am meisten überrascht wird. Ich glaube auch. Also, es geht um vier Tagessiege und den Gesamtsieg und das ist Kicker Live, die Sportparade. Also, wenn ihr jetzt so aufs Wasser möchtet, paddelt ihr falsch rum. Das ist schlecht. Jo. Ich sag mal, sehr viel geiler sieht es aus, wie Stefan's gemacht hat. Traut ihr euch das zu, ein Tick motivierter? Nein. Und dann müsst ihr nicht mehr halten. Dann könnt ihr aufs Wasser und das ausprobieren, was ihr gelernt habt. Und Lina korrigiert. Ich hätte recht gemacht. Okay, ihr könnt. Super geklappt hier. Am Anfang bin ich reingesprungen und bin direkt ins Wasser gefallen. Gut. Normal. Weiter runter, Lina. Weiter nach hinten. Ich kann dich ja beide auf einmal nehmen. Kein Problem. Sehr gut macht ihr das. Und jetzt machen wir lieber Hangover, fahren wir direkt auf den Strand. Wie heißt der? Mastwurf. Erste Priorität ist natürlich die Sicherheit aller Leute, die irgendwie mit in unserer Sendung mitspielen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch ganz wichtig, dass jeder weiß, wer, wann, was, wie, wo zu tun hat. Und man muss natürlich auch wissen, wie funktioniert es, damit man sich so eine Sendung vorstellen kann. Und dafür sind die beiden hier verantwortlich. Nehmen wir deine Mütze um, weil da steht die Werbung. Da ist ja wieder was drauf. Genau. Furchtbar Mensch. Das sind Torben und Eva. Die beiden haben quasi Kika Live, die Sportmacher, mehr oder weniger zu Papier gebracht. So kann man es schon sagen. Viel Papier. Ist das krass stressig? Ach du. Hier geht's heute. Heute geht's. Für dich? Ja. Ich bin heute nämlich der Regieassistent. Deswegen für mich sehr, sehr entspannt. Ach, ihr wechselt euch ab. Wir haben insgesamt ja vier Sendungen und jeder von uns hat sozusagen für zwei den Hut auf. Von daher ist es ein bisschen falsch, dass du heute den Hut auf hast. Genau. Und die Rettungssport-Sendung fällt in meinen Bereich. Das heißt Surf-Ski. Hier vorne befinden sich zwei Pedalen. Wenn ihr rechts fahren wollt, drückt ihr einfach das rechte Pedal. Und wenn ihr links fahren wollt, einfach das linke. Okay. So einfach aus. Mach mal. Ja, ja, ja. Wie ist es jetzt da rumgekommen? Ja. Die Füße da durch und dann hast du noch das Paddeln. Ich zitter voll. Ich bin so feuch im Fall. Das Ding war so schmal, du bist einfach umgefallen. Unfassbar. Ja. Super Ben. Das Schwierigste ist daran tatsächlich das Gleichgewicht zu halten, womit die meisten jetzt auch Probleme hatten. die Sportmacher ist ja schon richtig geiles Format. Aber könnt ihr mir noch mal ganz kurz sagen, was das beste Format im deutschen Fernsehen ist? Das Wetten, dass definitiv. Wir brauchen neun Assistenten. Neun Assistenten, bitte. Der hat dir die falsche Antwort gegeben. Dankeschön. Boah, ist das kalt. Wie schwimmst du denn, wenn du jetzt hinschwimmen würdest, zu jemandem in Not? Kraul. 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 Kraul, ne? Das das schnellste ist, oder? Ja. Es ist auch schnell. Es gleitet wirklich durchs Wasser. Dieses Wasserwaldschwimmen, was du gerade gemacht hast, das ist super gewesen. Vor allem benutzt man das auch häufig in Seen. Bei dem Wassermannkraut sieht man wirklich, wo man hinschwimmt und wo man als nächstes hin muss. Soll ich es euch noch mal vormachen? Ja, zeig noch mal. Das so macht mal Rettungssport. Hast du gar nicht gesagt, dass du Wasserwald-Krauler bist? Hey, das kann man nie klasse. Ja, gut. Dit, dit, dit. Dit, dit. Dit, dit. Agathe Bauer. Wie geht's euch? Agathe Bauer geht's. Ihr seid so richtig fit, ne? Komm, 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 komm. Ich weiß, ihr seid alle Profis in eurem Gebiet, aber ich wollte euch auch noch was zeigen, was ich kann. Ich bin nämlich King of the handstand. Äh, Kopfstand. Passt auf, ich zeig euch mal. Es ist ja wie beim Leistingssport. Es ist halt so, man hat so spezielle professionelle Abläufe. Ich drehe erst mal die Mütze, also wer eine Mütze hat, muss sie drehen. Und dann geht man hier in diesen Frosch und dann geht man langsam hoch in den Handstand. Das ist die Challenge. Das Umfeld hat verloren. Okay? Okay. Jetzt gehen wir alle in den Handstand. So, hier machen wir den Frosch. Die knackt frosch. So, geht nach vorne. In die Luft die Beine ansetzen. Und hoch. Nein! Also ich hab jetzt hoch. Ja! Oh! Also ich würd sagen, heute ist unser Champion, auch der Experte. Lina. Lina. Du hast es geschafft. Du bist der Gewinner. Der goldene Badekappe. Du darfst dich hier immer behalten. Sie ist auch die Agathe-Bauer. So, Leute. Das war's vom Kika-Live, die Sportmacher-Backstage. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auf alle stolz, aber ich hab echt ein tolles Team. Ja, ja. Ich hab auch ein überragendes Team. Ein überragendes Team, One-Team. So. Wenn ihr sehen wollt, wie wir uns hier klassen sind, kein Problem. Ab nächsten Montag bis nächsten Donnerstag um 20 Uhr bei Kika-Live. Bis dann. Ciao. Wir versuchen, den aus dem Handgelenk noch so hochzukicken. Boah. Okay. Super, Ben. Sehr stark. Der rennt die Wand hoch. Ben ist gut. So, okay. Wenn ich hier jetzt hinfalle, dann tut's weh. Wir haben die Macht. Und wir haben die Macht. Wir sind jetzt der Welt.